Grüß Gott, mein Name ist Dieres Forster und ich bin Archivarin bei der Österreichischen Ordenskonferenz. Wir befinden uns hier in den Archivräumlichkeiten, wo die Bestände der Superjahrenkonferenz der Männlichen Ordensgemeinschaften Österreichs und der Vereinigung der Frauenorden Österreichs sich befinden. Hier möchte ich Ihnen ein besonders schönes Stück zeigen, was ich wertvoll finde, das ist ein Dier, wir haben hier eine Diersammlung, ein Medienarchiv und das zeigt eigentlich gut auf das Wirken der Ordensgemeinschaften bei uns, das Vielseitige.